So, Crossroads heißt deswegen Crossroads, weil das eine riesengroße Kreuzung ist, das heißt, wenn wir jetzt auf der Straße bleiben, kommen wir genau auf die Kreuzung und dann der Kreuzung ist immer der Weg. Immer nach vorne, immer nach vorne, Helm, wenn irgendwas Goldenes für dich fällt und du siehst das nicht innerhalb der zwei, drei Sekunden, dann musst du schneller sein, wenn du weg hast. Ja, jetzt jetzt. Oh, hier ist die Kreuzung, da ist sie irgendwo der Wegpunkt. Hier ist er. Der ist aber klein. Kanaldecker hier. Was sollen wir jetzt machen? Wieso habe ich denn eine kleine Besserung? Also hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Da war ein Scroll. Toll, hab ich wohl verpasst. Das hab ich jetzt eh nicht mehr. Hier ist ein großer Roter. Ja, das ist doch nur Chaos, da kann ich nichts machen. Hier lang müssen wir. Wo ist hier lang? Da oben. Ja! Oh, ich hab jetzt hier. Ja! 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 Wo ist der dicke Hindergelse? Ich muss nicht verstehen, wie viel weißes jetzt liegen würde hier, wenn da jetzt 6 Mann hier hin wären. Dann wär der ganze Blut schon voll. Ja! 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 Oh, der hat chillet, alter! Lägt mich. Warte mal, da müssen wir mal für die Fahrerförderung machen. Ja! Der resistet ALEN! Der resistet ALEN! Allen 4 Schadensorten! Der Kurierkönig! Wie lange! Flup! Werdermit! Für mich ist natürlich nur nichts dabei! Aua hier! Leid es weh! Hahahaha! Hat keiner für mich was liegen lassen! Geist in die Säcke! Ich glaube zu denn, wenn es nichts zu dir ist! Hehehe! Da ist wirklich kalt und auch mal ein Kist! So, ich muss mal kurz den Skill-Punk tun, sonst hat er wohl beim nächsten! Haha! So, weiter geht's! Was macht das jetzt? Haha? Haha! 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 So, jump since level 1! Zertar! Woher lieg ich gerade? Ich muss... Du musst? Ein wenig umbauen meines Skills ist alles nichts! Ich muss das jetzt wieder mit... Falle und... Falle! Hier stinkt der jetzt jetzt! Ja! Warte mal kurz, der ist noch nicht hin, ne? Na, das macht doch nix! Alles loot für uns! Haha! Haha! Scharkasse, ähm! Scharkasse! Haha! 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 Da ist ein Lekro! Da ist ein Lekro! Ich bin hier! Ja, ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! 4 manchmal. Jetzt ist es interessant. Scheiße. Wir haben noch einen Nahkämpfer mit hier. Das ist ein Duellist übrigens. Hier liegt ein Orb of Augmentation von hier. Ich nehm den direkt mit. Dann ist er weg. Hast du wohl nicht mitgegangen. Ich auch. Genau. Ich muss schön die Dinger daneben stellen. Und ihr wisst schon. Genau. Die machen dann Schützentschalten. Additional live. Niedersparksen. Eigentlich sehr nervig. Was? Wir haben ja gar nichts mehr. Aber machen wir was. Hauptsache es wird. Hier. Feuerfalle. So. Klemmen. Voll. Ich hab nen Spruch für dich gesichert. Den kannst du gleich ausprobieren. So mal. Kann ich dich hier antreten? Halt stille. Halt stille. Halt stille. Seh nix. Aha. Akzept. Was ist das? Wo seid ihr hin? Irgendein Flitskill auch. Hm. Die kommen alleine vielleicht dann nicht. Machen wir nochmal ein Portal. Der ist schon hier eigentlich. Der hat jetzt jemand ausgerafft. Genau. Das ist doch scheißegal. Du darfst ja bloß nicht sagen. Oh. 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 Das ist ja jemand anderes. Ich heb das nicht auf. Sofort aufheben. Ich bin ja bald. Hast du gekriegt nie? Nein. Aber macht nichts. müssen wir vorne bleiben, immer dort wo der Typ klappt praktisch und da hinten bleibst du noch was anderes, bollest du fast vorne, das ist ja nicht da ist nichts mit hinten dran, sondern mal gucken, wie kann das nicht gehen Tarkasse vor allem Wir haben alles dicht. Kannst du den Raumplatz beschweren? Kannst du mal nach Süden runter? Kannst du das anziehen? Warum macht der denn sowas? Kannst du das anziehen? Oh, ich komme! Jetzt haben wir einen. Eine schöne Ecke. Ein Obd von Dingsbums hier. Ein Obd von Dingsbums hier. Ein Obd von Dingsbums hier. Kannst du noch hier hinten gucken? Oh, hier geht's noch weiter. Obd von Shanks. Was war das? Die Shanks. Ist einer von den Booten? Hammer. Ich bin nur noch Sackgasse. Ich komme mal wieder zurück. Oder? Wo bist du? Ach. Wo sind wir denn hier? Wir sind alle in der Sackgasse. Ah, da hinten. Ja, ich bin auch noch Sackgasse. Also hier wo ich bin, da ist Sackgasse. Aber ich muss erst mal einen Wiederbeleber killen. Da ist... Schüsse. Oh, die Schüsse. Uh, ja, fast... ...ότε nichtисьwoher. die punkte lang da oben jetzt hat er irgendwas geladen wieder oder dem seine klamotten seiten jetzt hin Das war's. Hier geht's runter. Sehr gut. Zeit. Wie kommen wir denn da rein? Ah. Jetzt rück ich an. Hilfe. Ach, nett.